Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Panel haben, was kaum besser besetzt sein könnte, um diese Fragen zu diskutieren. Ich begrüße neben mir Sarah Jochmann. Sarah Jochmann hat vor einem Jahr bei Deliveroo angefangen als Fahrradkurier. Kurz nachdem Sarah angefangen hat, haben Kollegen dort einen Betriebsrat gegründet. Deliveroo hat fundamental seine Praxis geändert, hat keine festangestellten Fahrer mehr gehabt, sondern nur noch Freelancer. Ein halbes Jahr später lief Sarahs Vertrag aus. Sie hat stattdessen eine Interessenplattform gegründet, Liefern am Limit. Heute ist sie Pressesprecherin dieser Plattform. Wir freuen uns sehr. Dann haben wir Frank Wernicke. Frank Wernicke ist gelernter Verpackungsmechaniker, hat angefangen in der IG Medien, saß dort im Bundesvorstand, danach dann nach der Fusion im Verdi-Vorstand. Seit 2002 stellvertretender Verdi-Vorsitzender und seit Donnerstag nominiert für die Nachfolge von Frank Wernicke als Verdi-Vorsitzender. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Christiane Benner, Diplomsoziologin seit über 20 Jahren bei der IG Metall. Seit 2015 als erste Frau an der Spitze der IG Metall als zweite Vorsitzende. Was mich besonders freut, ist, Christiane Benner hat sich intensiv mit unserem Problem beschäftigt, hat ein Buch herausgegeben zum Thema Crowdworking, Crowdsourcing und Clickworking. Herzlich willkommen. Und schließlich Markus Biber. Markus Biber ist eine echte, wenn ich so sagen darf, Wolfsburger Autopflanze. In Wolfsburg geboren, bei VW gelernt, nach dem Studium wieder zu VW zurück in die Personalabteilung, dann zum Gesamtbetriebsrat, erst als Referent und jetzt als Geschäftsführer des Gesamtbetriebsrates VW. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. So, bei Anne Will hätten wir jetzt einen Einspieler, der so ein bisschen in die Thematik einführt. Nein, wir haben was Besseres. Wir haben statt eines Einspielers haben wir die Sander Martens. Die Sander Martens hat nämlich dieses Thema vorgeschlagen. Der Sander verdanken wir, dass wir heute hier sind. Die Sander arbeitet in Düsseldorf bei Verdi als Gewerkschaftssekretärin und übernimmt jetzt die Einführung das Thema. Ja, danke. Das mache ich gerne. Ja, schönen guten Tag erstmal. Mit meinem Beitrag, den ich eingereicht habe, möchte ich die SPD über dieses Camp hinaus zu einer Erneuerung auffordern. Zu einer Grundsatzdiskussion über die durch neue Technologien notwendig gewordene politische, genauer sozialdemokratische Ausgestaltung unseres gesamten Zusammenlebens. Heute, morgen und übermorgen. In meinem Impulsvortrag werde ich mich beschränken auf die Umstrukturierung in der Arbeitswelt durch die künstliche Intelligenz, durch das Internet der Dinge, Aussicht der Arbeitnehmenden. Automatisierung, Digitalisierung, Industrie 4.0, das sind aktuell geradezu inflationär benutzte Kampfbegriffe. Die stehen für scheinbar zwangsläufige technologische Entwicklungen in der Arbeitswelt, denen wir uns ausgeliefert fühlen. Man will, dass wir uns am besten mit denen, wie mit einer Naturgewalt, ohnmächtig abfinden. Dabei ist die Frage, wie wir morgen arbeiten werden, keine Frage der Technologien, der Digitalisierung oder der Roboter. Das ist vielmehr die Frage, wie die Arbeit zukünftig organisiert und verteilt wird. Die Technologie an sich verändert nicht die Arbeitswelt. Der Grundimpuls der Veränderung kommt vielmehr aus dem Wunsch der Unternehmen, noch flexiblere Beschäftigte, noch flexiblere Arbeitszeiten, noch weniger lästige Regularien zu haben. Und diese Absichten türken die Unternehmen, wenn sie permanent mit einer Industrie 4.0-Werbekampagne omnipräsent sind. Dabei darf die Diskussion über die neuen Technologien nicht nur in der Faszination darüber erschöpfen. Denn dann laufen wir die Gefahr, die aus Sicht der Arbeitenden viel wichtigere, viel lebenswichtigere Frage aus den Augen zu verlieren. Nämlich die Frage nach der Umverteilung der Gewinne, der Vermögen, der Arbeit. Also die Frage nach der Verteilung der sogenannten Digitalisierungsdividende. Unser Ziel und unsere politische Forderung müssen daher lauten, alle müssen vom technischen Fortschritt profitieren. Gerade die SPD als Partei der Arbeit muss doch die Teilnahme aller Arbeitenden am technologischen Fortschritt groß auf ihre Fahnen schreiben. Und zur Bedingung ihrer Zustimmung zur politischen Weichenstellung machen. Diese Verteilungsfrage hat aber viel mehr mit den Machtverhältnissen in den Unternehmen zu tun, als mit der technischen Machbarkeit. Und um diese Macht in den Unternehmen zu haben, brauchen die Beschäftigten, die Gewerkschaften, die Betriebsräte gerade jetzt eine Reihe von Mitbestimmungsrechten. Viele müssen erneut verteidigt, neu gefasst oder neu definiert werden. Und um die Arbeitsbedingungen besser gestalten zu können, ihre eigenen neuen Arbeitsbedingungen besser gestalten zu können, brauchen die Arbeitenden eben dieses Mitspracherecht, um bei den digitalen Veränderungen in den Betrieben auch wirklich mitsprechen und mitbestimmen zu können. Und diese Herausforderungen von morgen, die können wir nicht mehr mit den Arbeitstarif- und Mitbestimmungsrechten von gestern meistern. Wenn wir also nicht jetzt klare Forderungen, klare Ideen an die Regierung, an das Parlament, an die eigene Partei formulieren, wie wir die Macht der Arbeitenden ausbauen und stärken können, wie wir die verängstigten Arbeitenden mitnehmen können, wie wir ihre Arbeitskraft zukunftsfest machen können, dann wachen wir alle morgen in einer digitalisierten Arbeitswelt auf, die aus Sicht der Arbeitenden einem Albtraum gleicht. Das könnte eine digitalisierte Arbeitswelt sein, ohne Tarifverträge, ohne Gewerkschaften, weil es eben kaum einen Arbeitgeber mehr gibt, der tarifgebunden ist. Das könnte eine digitalisierte Arbeitswelt sein, ohne Betriebsräte, weil es eben keine Betriebe und keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne unserer heutigen Gesetze mehr gibt. Und wenn es die gibt, dann sind die Arbeitswelt so prekär und unsicher, dass die Beschäftigten sich gar nicht mehr trauen, einen Betriebsrat zu gründen. Das könnte eine digitalisierte Arbeitswelt sein, mit kaum Arbeitsschutz, mit kaum sozialer Absicherung, weil all die neuen und auch die alten Erwerbsformen, die sind die Beschäftigten, die dort arbeiten, sind nicht mehr von den sozialen Gesetzen in unserem Land geschützt. Und letztendlich könnten die Beschäftigten in dieser digitalisierten Arbeitswelt noch nicht mal ihre Rechte erstreiken, weil wie kann man dann einen effektiven Streik organisieren, wenn die Hälfte der Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird und die andere Hälfte ihre Aufträge im Internet aus Indien erledigt. Das kann auch wirklich nicht unsere Vorstellung von der Arbeitswelt von morgen sein. Das dürfen wir einfach so nicht zulassen. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Beschäftigten, dass die Arbeitnehmenden die Macht haben, an den betrieblichen Änderungsprozessen, technologischen Änderungsprozessen sich zu beteiligen und seine Interessen dort zu vertreten. Und darüber müssen wir debattieren, das machen wir ja auch gleich. Wir müssen aber auch zügig zu Taten schreiten. Denn die Vordenker auf der Unternehmensseite, die haben ihre Ziele schon offen benannt. Die haben auch Vorstellungen, dass sie viele verschiedene Gesetze ändern wollen und anpassen wollen. Sie sprechen nicht mehr von Angestellten, sondern von Unternehmensbürgern und sie betonen die Bedeutung der Individuen in den Unternehmen. Dabei wird einem ganz schnell klar, gegen wen sich diese Ansichten richten. Das sind die Gewerkschaften, Betriebsräte und ihre Schutzrechte, die sie in einer digitalisierten Ökonomie für völlig untauglich oder kontraproduktiv halten und am liebsten sofort gleich abschaffen würden. Also, wenn wir keine klaren Forderungen und Ziele unsererseits in die öffentliche Debatte stellen, dann stehen die Unternehmenslobbyisten bald nicht nur vor den Türen der Abgeordnetenbüros, sondern sitzen schon mit am Tisch und schreiben die Gesetzentwürfe. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Das wäre einfach fatal, wenn auch diese Rationalisierungswelle letztendlich zulasten der Arbeitenden gehen würden und nur den Eigentümern von Maschinen und Robotern zugutekommen würde. Deshalb ist es ja so, dass die Digitalisierung uns durchaus Vorteile und Chancen bringen kann und wirklich uns allen, wenn wir die Chance erkennen und nutzen können, die es uns erlaubt, alles neu zu denken, alle Glaubenssätze über Bord zu werfen und einen neuen Sozialstaat für alle Menschen zu entwickeln, der auf die Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts ausgerichtet ist. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, ohne einen Systemwechsel können wir eine soziale und gerechte Arbeitswelt von morgen nicht haben. Deshalb sage ich, die neue Arbeiterbewegung im digitalen Zeitalter braucht schleunigst weitere Robotergesetze. Gesetz Nummer eins, die Roboter müssen für mehr Freizeit für Menschen arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Gesetz Nummer zwei, die Roboter müssen für erfüllende und gesunde Arbeit der Menschen arbeiten. Gesetz Nummer drei, die Roboter müssen für eine gerechte Umverteilung der Digitalisierungsdividende arbeiten. Gesetz Nummer vier, die Roboter müssen auch die Arbeitslosen finanzieren und sich an Sozialkosten beteiligen. Und das Gesetz Nummer fünf, Roboter müssen für gute und auskömmliche Rente aller Menschen arbeiten. In diesem Sinne, auch für eine Erneuerung in der digitalen Arbeitswelt. Vielen Dank, Sander. Sarah, mich würde interessieren, wie funktioniert das Arbeiten bei Fudora, Deliveroo, Lieferando als Fahrradkurier? Und wie unterscheiden sich die Arbeitnehmerrechte, die ihr dort erlebt habt, von dem, die ein Arbeitnehmer an einem ganz traditionellen, tarifgebundenen Arbeitsplatz in der klassischen Industrie, wie zum Beispiel VW, das tagtäglich erleben würde? Ja, hallo erstmal. Ja, wie soll ich das erklären? Wir reden ja heute hier über digitalen Kapitalismus und irgendein Journalist hat dann über meine Kollegin irgendwann mal geschrieben, das neue digitale Proletariat. Und warum macht es denn die Arbeit so prekär, warum wir auch heute darüber reden? Und zwar, man muss sich vorstellen, man ist draußen bei dem Sauwetter wie heute und man muss dann Arbeitsmittel selber stellen. Die Kuriere, die angestellt sind, die verdienen alle den Mindestlohn von neun Euro, müssen aber auch das Arbeitsmittel selber warten und dann wird der Mindestlohn auch wieder unterhöhlt. Und wie heißt es, das Problem war, warum auch bei Deliveroo viele dann einen Betriebsrat wollten, war, weil wir nicht bezahlt worden sind. Die haben teilweise unregelmäßige Lohnzahlungen gehabt und die Winterkleidung wurde nicht gestellt. Wir hatten wirklich Angst, dass wir da richtig ausgebeutet werden. Und was macht das Ganze denn auch nochmal so einen Unterschied zu einem klassischen Betrieb? Der Unterschied ist eigentlich, man arbeitet ja über das Handy. Man bekommt den Auftrag auf das Handy und ein Algorithmus sagt einem, was man zu tun hat. Also der schickt einen zum nächsten Restaurant, wo der Auftrag verfügbar ist und von dort bringt man das Essen zum Kunden. Und das bedeutet auch eigentlich, dass man gar nicht mehr mit dem Unternehmen kommunizieren kann. Also das heißt, man kommuniziert mit seinem Handy und das war es dann. Und wenn Probleme aufstehen, dann kann man eine E-Mail noch irgendwie an das Unternehmen schreiben. In der Zeit letztes Jahr im Dezember, als die Kollegen den Betriebsrat gründen wollten, da gab es sogar noch eine App, wo wir eigentlich untereinander kommunizieren wollten. Und als dann die Mitbestimmung eingefordert worden ist, hat das Unternehmen gesagt, so, wir nehmen euch jetzt die App einfach mal weg. Weil es reicht ja, wenn ihr E-Mails schreiben könnt an das Unternehmen. Und alles, was wir so an Mitbestimmung eigentlich dadurch einfordern wollten, wurde ja uns zerstört dadurch, dass quasi keiner, wir waren 140 Angestellte, keiner mehr dort arbeitet. Nur noch im Office gibt es Angestellte und alle anderen wurden durch Soloselbstständige ausgetauscht. Die verdienen 5,50 Euro pro Auftrag und wenn es keine Aufträge gibt, verdienen die auch nichts. Die sind irgendwie gar nicht richtig versichert. Die haben keine sozialen Absicherungen, die zahlen nicht ins Rentensystem ein und die wissen auch teilweise gar nicht, dass sie so prekär arbeiten. Und dann fragen sich natürlich oder fragen mich auch immer viele, warum machst du diesen Job? Weil er einfach richtig viel Spaß macht, aber die Bedingungen sind sehr, sehr, sehr bescheiden geworden. Und es gibt viele, die Eintrittsbarrieren sind sehr, sehr gering. Man braucht keinen Lebenslaufschrei, man kann einfach dort sich anmelden, braucht einen Gewerbeschein und kann anfangen zu arbeiten. Und das macht es auch für viele, die sonst auf dem Arbeitsmarkt gar keine Chance haben, so attraktiv. Und deswegen gibt es auch immer noch viele, die einfach hinten anstehen und dann quasi wieder nachkommen, weil viele nur noch zwei, drei Monate dann auch merken, dass es gar nicht so gut ist, dort zu arbeiten. Und es gibt auch die Möglichkeiten, das auf Englisch oder auf Spanisch zu machen. Also diese Apps gibt es nicht nur auf Deutsch. Das bedeutet, man muss halt auch nicht wirklich jetzt hier komplett voll integriert sein in der Sprache und kann dort arbeiten. Und ich finde, wie diese Mitbestimmung dort einfach ausgehebelt worden ist, es ist eine Sauerei. Und dafür haben wir halt die Kampagne auch einfach gegründet und würde auch gerne mit euch nochmal weiter darüber reden, wie ihr so in der Meinung dazu steht. Markus, im Paradies der Arbeitnehmerrechte VW, wie wirkt sich die Digitalisierung aus? Vor welchen Herausforderungen steht ihr? Was sind die Probleme, über die ihr nachdenkt? Ja, danke. Schönen guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Paradies der Arbeitnehmerrechte, ich weiß nicht, ob das so zutrifft. Ich würde auch eingangs nochmal ganz kurz gerne beschreiben, wo wir gerade so stehen als Volkswagen, als Volkswagen Gesamtbetriebsrat. Wir haben ja und erleben gerade eine intensive Debatte um das Thema der regulatorischen Anforderungen an die Fahrzeuge, an den Verkehr, Stichwort CO2. Keine Angst, ich will das hier nicht weiter vertiefen. Das ist aber ein enormer Treiber für die Entwicklung von Mobilität und Entwicklung von Fahrzeugen in der Automobilbranche. Wenn wir über Digitalisierung reden, Mitbestimmungsrechte im Rahmen von Digitalisierung, wollen wir immer ganz gerne genau wissen, worum reden wir eigentlich? Reden wir über die Produktion, Automatisierungstechniken in der Produktion, die heute in Deutschland sehr weit vorangeschritten sind? Reden wir über Automatisierung, Digitalisierungstechniken in den indirekten Angestelltenbereichen, wo zunehmend Bots eingesetzt werden und einfache Eingabetätigkeiten nach und nach entfallen? Reden wir um Digitalisierungstendenzen im Produkt? Das Auto wird mehr und mehr zum Internet-Device und mit allen diesen Dingen, mit Fahrzeugarchitektur und jeder zusammenhängen. Also wir müssen immer genau gucken, worüber reden wir da? Und es gibt unterschiedliche Entwicklungen in den Märkten. In China eine extreme Entwicklung. Wir waren vor kurzem in Israel mit einer kleinen Delegation. Ganz spannende Entwicklungen da. Es gibt Entwicklungen hier in Großstädten auf dem Land und so weiter. Warum sage ich das? Weil Volkswagen speziell, ich will das auch so offen nochmal ansprechen, seit drei Jahren natürlich mit dem Thema Dieselgate und seinen Folgen massiv beschäftigt ist. Und tagtäglich eigentlich um die eigene Glaubwürdigkeit und dem öffentlichen Ansehen zu kämpfen hat. Und ich sage das deshalb nochmal ganz explizit, weil das natürlich auch was mit den Beschäftigten macht im Unternehmen. Und vor diesem Hintergrund sozusagen das Thema Transformation und Wandel von Arbeitsplätzen und Gestaltung und Motivation für neue Tätigkeiten nochmal extrem schwerer fällt, weil wir eben mit dem ganzen Thema Diesel zu tun haben und das einfach auch die Debatte prägt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Die IG Metall und der IG Metall Betriebsrat standen schon immer und stehen auch heute für die aktive Gestaltung dieses Wandels. Wir sehen die Themen. Wir haben nach Dieselgate deshalb auch aktiv einen sogenannten Zukunftspakt eingefordert. Darum gab es auch eine lange öffentliche Debatte, auch mit Managementvertretern, was da sozusagen die richtigen Themen sind. Und haben in dieser Debatte ganz konkret sozusagen eingefordert, dass Zukunftsprodukte, Elektrofahrzeuge zum Beispiel, nach Deutschland, an die deutschen Standorte kommen, damit wir diesen Wandel auch schaffen. Und sozusagen dadurch dann eben auch diese neuen Arbeitsplätze entstehen können in Deutschland. Wir haben viele, viele Fragen in dieser Debatte miteinander diskutiert und auch strittig diskutiert. Wie sieht es im Qualifizierungsbedarf aus? Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Beschäftigten sozusagen im Betrieb trotz des Paradieses Mitbestimmung motiviert werden, sozusagen diesen Wandel zu gestalten, wenn man sich jeden Tag, sage ich mal, die schlechten Nachrichten auch im Fernsehen und in den Medien angucken darf, rund um Volkswagen und das Thema Diesel auch immer noch nicht aufgeklärt ist. Also ich will kurz und knapp einfach nur sagen, es ist alles andere als einfach, sozusagen dafür innerbetrieblich auch zu werben, weil bestimmte andere Dinge und Treiber eben auch eine Rolle spielen. Und wir sind jetzt gerade ganz aktuell auch wieder dabei, wir nennen das bei uns Planungsrunde, nächste Woche wird die verabschiedet. Das heißt, die Planung für die nächsten Jahre wird dann sozusagen durch den Aufsichtsrat verabschiedet, wo ganz konkret festgelegt wird, welche Zukunftsprodukte kommen an die deutschen Standorte, die dann wiederum natürlich sozusagen dieses Thema Digitalisierung im Produkt in den einzelnen Arbeitsprozessen auch bestimmen. Und wir stellen einfach fest, dass es extrem schwer ist, das ist alles andere als selbstverständlich, diese Themen hier auch herzuholen. Da sind wir gerade mitten dabei und ich könnte nachher vielleicht auch in der Diskussion ein paar Beispiele anführen aus dem Zukunftspakt, die wir da verabredet haben, Instrumente, konkrete betriebliche Instrumente, um diesen Wandel zu gestalten, um jetzt im Einstieg auch nicht zu lang zu werden. Frank, ich würde gerne bei diesem Wandel nochmal nachhaken und deine Perspektive erfragen. Zukunftsprognosen darüber, was die Digitalisierung mit unseren Arbeitsplätzen macht, sind im Moment ein bisschen en vogue. Wir sehen alles von riesengroßen Katastrophenszenarien hin zur großen Transformation. Das heißt, wir sehen, viele prognostizieren eigentlich die Arbeitsplätze, die wir auf der einen Seite abbauen, bauen wir auf der anderen Seite auf. Aber eigentlich sind sich alle, es wird einen großen Wandel geben. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen einen Einblick geben, wie ist eure Perspektive, wo seht ihr diesen Wandel, wie groß wird der Wandel, wie schnell wird er kommen, was sind da die großen Herausforderungen? Ja, vielen Dank, das mache ich gern, wobei mir es dann wichtig wäre, dass wir später nochmal auf das zurückkommen, was Sarah sagt, weil das wisst ihr vielleicht, wir organisieren als wäre die Selbstständige, immerhin 30.000 und zwar welche, die selbstständig sein wollen. Aber wir sind natürlich an dieser Schnittstelle, erzwungene Selbstständigkeit, auch unterwegs, etwa bei Hermes oder Amazon Flex, wo es ja vergleichbare Geschäftsmodelle gibt. Daraus leiten sich, glaube ich, ganz konkrete Themen ab. Wir brauchen keine Zukunftsszenarien, die gibt es alle, weil wir erleben das derzeit in der Praxis. Es gibt Branchen in Verdi, die sind massiv durch Arbeitsplatzverluste gekennzeichnet infolge von technologischem Wandel. Die härtesten Einschläge sind derzeit im Banken- und Versicherungsbereich. Es gibt eine Umfrage des Bankenverbandes, also des Arbeitgeberverbandes bei den Beschäftigten, die geben zu 30 Prozent an, dass sie davon ausgehen, dass sie in den nächsten Jahren ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Ob das in der Dimension und in der Geschwindigkeit kommt, wird man sehen, aber wir erleben einen massiven Beschäftigungsabbau. Gleichzeitig erleben wir einen Beschäftigungsaufbau, zum Beispiel in Pflegeberufen und ähnlichen Bereichen. Nur eins und eins passt dann natürlich nicht zusammen und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, auch für eine sozialdemokratische Politik. Und die nächsten Einschläge sind ja absolut erkennbar. Selbstbezahlungssysteme im Einzelhandel, die sich durchsetzen. Wer mal in einem frisch eröffneten Ikea-Markt war, weiß, was da alles möglich ist an Digitalisierungsprozessen und Verzicht auf menschliche Arbeit, auch auf Beratung durch Menschen. Oder etwa zum Beispiel in Callcenter, wo mittlerweile über Sprachsysteme, die leider ziemlich gut funktionieren, Arbeitsplatzabbau. Das sehen die Menschen, dass da was auf sie zukommt und das ist mit Verlust- und Abstandsängsten verbunden. Und das ist, glaube ich, auch eines der wesentlichen Gründe, es gibt da keine eindimensionalen Antworten, aber diejenigen, die im politischen Spektrum auf diese Verlustängste reagieren oder wie sie ansprechen zu agieren. Deshalb ist, glaube ich, die Sozialdemokratie gefordert. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze, auch außerhalb von, sage ich mal, solchen erfragwürdigen Geschäftsmodellen, in breiten Teilen, zum Beispiel der Altenpflege, des Gesundheitswesens, auch in der Logistik, auch in nicht prekären Bereichen der Logistik. Nur es nützt natürlich der Kollegin, die in einer Policenfabrik einer Versicherung sitzt, relativ wenig zu wissen, dass in Pflegeberufen Beschäftigung entsteht. Und da sind wir dann auch an der Grenzen der Gestaltbarkeit von Gewerkschaften im Rahmen von Tarifverträgen. Wir haben zum Beispiel einen Digitalisierungstarifvertrag für die Banken mit der Möglichkeit, Arbeitszeit zu reduzieren, Weiterbildungen zu machen und so weiter und so fort. Das bewegt sich dann aber im System der Finanzwirtschaft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, eine große gesellschaftliche Initiative zu entwickeln, um branchenübergreifend Qualifikationen zu organisieren und zwar präventiv, nicht erst dann, wenn Erwerbslosigkeit eingetroffen ist. Das kostet viel Geld. Und dann bin ich bei dem, was du gesagt hast. Was passiert eigentlich mit der Digitalisierungsdividende? Eine der großen Notwendigkeiten zum Reinvestment sehe ich in so etwas wie einem branchenübergreifenden Ausbildungsfonds, in dessen Ausgestaltung die Sozialpartner sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Aber noch einmal, das ist durch Tarifverträge in Branchen allein, ist diese Transformation nicht zu organisieren, weil sie branchenübergreifend stattfindet. Das vielleicht mal als Einstieg. Christian, ich würde gerne nochmal einen kleinen Sprung machen, weil du dieses ganz hervorragende Buch herausgegeben hast und mit dir nochmal darüber sprechen, wir sehen ja jetzt, dass durch diese Technologien, die jetzt da neu entstanden sind, viele Tätigkeiten, die wir vorher im Unternehmen organisiert haben, jetzt über den Markt organisiert werden, was zur Folge hat, dass die Auftragnehmer auf diesem Crowdsourcing, auf den Clickworking-Plattformen jetzt gar keine Angestellte mehr sind, sondern eigentlich Solo-Selbstständige. Was hat das für Herausforderungen? Was bedeutet das A, für deren Interessen, für deren Rechte, aber auch für euch als Gewerkschaft? Ja, Dankeschön, auch schönen guten Tag von meiner Seite. Vielleicht erstmal zur Erklärung, warum sich die IG Metall überhaupt um das Thema kümmert. Also wir reden ja hier über Arbeit, die jetzt nicht auf einer Lieferplattform gemacht wird, beispielsweise oder auch nicht bei Book a Tiger, was die IG Bau organisiert. Das sind die Leute, die gebucht werden für Reinigungsdienste zum Beispiel oder Helpling. Sondern uns geht es darum, wir haben bei uns in vielen Unternehmen festgestellt, dass was früher Leiharbeit und Werkverträge waren, dass es mittlerweile Aufträge gibt, die übers Internet ausgeschrieben werden und wo die Beschäftigten aus unseren Kernunternehmen gemeinsam mit Leuten im Netz an Aufträgen arbeiten. Das heißt, das war so der Ausgangspunkt, warum wir gesagt haben, wir kümmern uns da und auch entschieden haben, dass wir seit 01.01.2016 auch Solo-Selbstständige organisieren können in der IG Metall. Wir haben dazu unsere Satzung geändert, weil das ist nicht unser eigentliches Kernfeld früher gewesen. Aber Arbeit verändert sich eben und da muss sich auch Gewerkschaft verändern. Wir haben dann mit den Crowdworkern, also Menschen, die auf diesen Plattformen ihre Arbeit anbieten und Aufträge erledigen, in Deutschland zumindest haben wir Workshops durchgeführt, um erstmal zu verstehen, was treibt die. Und es war so ähnlich, wie Sarah das gesagt hat. Einige gesagt haben, ich habe dadurch überhaupt mal Zugang zum Arbeitsmarkt. Ich kann damit hochflexibel arbeiten. Okay, alles gut. Wir haben dann aber gesagt, und das wäre dann auch meine Bitte an die Sozialdemokratie, was zum Teil ja auch ganz gut angegangen wird, aber ich glaube, wir müssen einfach feststellen, dass das, was auf Plattformen passiert, dass das ein rechtsfreier Raum ist. Und ich akzeptiere das nicht. Also ich finde, wir können das als Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen und Demokraten, und Demokratinnen nicht akzeptieren, dass im Internet, auf Plattformen, ein Arbeitsraum entsteht, der komplett rechtsfrei ist. Die Leute haben keine Schutzbedingungen, die Leute haben keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die Leute haben keine Möglichkeiten, für ihre Altersvorsorge eine Absicherung zu machen. Aber krasser ist es eigentlich, dass die Arbeitgeberseite, auf die will ich mal gehen, die Plattformbetreiber, die leisten keinen Beitrag für den Sozialstaat in Deutschland. Sie profitieren und wir werden am Ende, durch Altersarmut, werden wir eine Sozialisierung dieser Folgekosten, dieser Sozialen haben und das müssen dann die Steuerzahler machen und das geht nicht. Und deshalb brauchen wir dort ein gutes sozialpolitisches Konzept. Und da haben wir auch Ideen, da haben wir auch Vorschläge und es ist doch nicht nachvollziehbar, warum es für Soloselbstständige nicht so etwas geben sollte wie eine Mindestabsicherung. Das Zweite ist unser Sozialstaatssystem, Rentenversicherung, Krankenversicherung muss so gebaut werden, dass auch dort Soloselbstständige einen Beitrag leisten und auch die Plattformen zur Verantwortung gezogen werden, ob das über ein Konstrukt ist wie Künstlersozialkasse. Also da gibt es ja Ideen, die wir auch eingespeist haben, die auch im Weißbuch aufgeführt sind, die ich auch sehr gut finde. Also mein Punkt ist, ich finde, wir müssen ein Narrativ bilden, also eine Erzählung und müssen wirklich sagen, wie wollen wir diese neuen Formen von Arbeit, wie wollen wir die sozial absichern, weil sonst wird es einfach einseitig zugunsten der Arbeitgeber laufen. Und was wir dazu schon im Angang gemacht haben, zum Teil mit Verdi, würde ich dann einfach in der nächsten Runde sagen. Aber einfach mal, um zu verstehen, warum uns als IG Metall das Thema massiv umtreibt und es wird ja durch Globalisierung, da habe ich ja nicht den Personenbezug, wie wenn ich eine Pizza irgendwo vorbeibringe, sondern da kann ich diese Crowdworking-Aufträge, die kann ich ja aus Indien, die kann ich, also Amazon in den USA, die sind da ja ein Paradebeispiel, Mechanical Turk, die das gemacht haben und du hast dadurch halt einfach einen massiven Druck und du hast wirkliches Dumping auf Arbeitsbedingungen. Und das ist was, wo wir sagen, klar, da müssen ja auch Gewerkschaften sich ändern, wir müssen auch attraktiv werden für diese Leute, weil sonst kommen wir nicht mehr vor. Du musst ja mal erklären, warum es überhaupt Sinn macht, so eine Solidargemeinschaft zu haben und ich finde, da müssen wir uns alle zusammen gut aufstellen, aber ich finde auch, dass die Politik, dass wir da wirklich an gemeinsamen Antworten weiterarbeiten sollten. Dankeschön. Ich würde gerne diesen Gedanken jetzt noch mal ein kleines bisschen zuspitzen. Wir sind ja jetzt hier bei der SPD und so eine Art Runde des Wünsch dir was starten. Was wünschen wir uns jetzt eigentlich, nachdem wir diese Probleme verstanden haben, von der SPD, von der Politik, welche Veränderungen so notwendig, um die sozialen Errungenschaften, für die wir so lange gekämpft haben, jetzt auch auf diese neuen Bereiche zu übertragen, um genau das, was ihr beschrieben habt, zu verhindern. Ich würde gerne einmal noch eine Runde durchs Podium machen und dann sind wir sehr gespannt auf eure Fragen, auf eure Anregungen, auf eure Vorschläge dafür, was wir dort umsetzen sollten. Sarah, dürfte ich mit dir anfangen? Was fordert Liefern am Limit? Wie könnten wir als SPD Liefern am Limit glücklich machen? Ja, was wünschen wir uns? Also ich habe zwei Jobs dadurch verloren und auch der andere Job war einfach sachgrundlos befristet und es soll ja eingedämmt werden, aber nicht komplett abgeschafft werden. Das hat es ja auch eigentlich zugebracht, dass es keinen Betriebsrat mehr gibt. Und was ist denn überhaupt mit dem normalen Kundigungsschutz für Betriebsräte? Warum greift ihr denn nur für entfristete Menschen, also Angestellte und nicht für alle? Das sind so die zwei Forderungen, die wir erstmal haben. Und was ich mir auch sehr wünschen würde, in der Fleischindustrie hatten wir das ja auch, dass die Fleischer ihre Messer selber mitbringen mussten und das wurde ja dann auch geändert. Und warum müssen wir unser Fahrrad mitbringen und warum wird da nicht kontrolliert, dass dafür eigentlich quasi auch Geld gezahlt wird? Warum werden die Kontrollen nicht erhöht oder warum werden auch nicht die Kontrollen erhöht? Ist es eine Scheinselbstständigkeit oder nicht? Also baut doch mal den Zoll aus. Das ist irgendwie ein großer Wunsch von mir und von meinen Kollegen. Frank, du hast eben schon angemerkt, dass du genau in die gleiche Richtung Vorschläge hättest. Ja, ich will gerne mal an dem Punkt anfangen. Wir haben im Moment ein System, wo es möglich ist, den gesetzlichen Mindestlohn durch Scheinselbstständigkeitskonstruktion zu unterlaufen. Selbstständigkeit ist der einzige Weg für Arbeitgeber, den Mindestlohn zu unterlaufen und alle anderen Schutzbedingungen auch. Ich mache es mal am Beispiel von Amazon Flex. Da ist es so, dass diejenigen, die für Amazon Flex arbeiten, auf Gewerbeschein selbstständig sind, ein Auto haben müssen, ihr eigenes Handy haben müssen und dann sich über auch Apps in Kommunikation mit Amazon bewegen, sich stundenweise verdingen und pro Stunde dann 17 Euro bekommen. Aber aus diesen 17 Euro natürlich sämtliche Kosten tragen müssen, also Auto, Versicherung und, und, und. Unterm Strich bleibt dort weniger übrig wie das, was der gesetzliche Mindestlohn hergibt. Und das ist aus meiner Sicht keine gewollte Scheinselbstständigkeit, und ich könnte, Selbstständigkeit, ich könnte das jetzt bei Hermes und anderen Anbietern durchstellen. Hier brauchen wir eine Klarstellung, eine gesetzliche Klarstellung, dass das Ausbeutungsmodelle sind, dass dort Selbstständigkeit vorgeschoben werden. Deshalb brauchen wir eine Veränderung des Arbeitnehmerbegriffes. Wir brauchen Veränderung des Kriterienkataloges zwischen selbstständiger Beschäftigung und abhängiger Beschäftigung. Und wir brauchen mehr Überwachung. Und das sind aus meiner Sicht ganz konkrete Themen, weil das hat nichts mit gewollter Selbstständigkeit zu tun. Und dann gibt es, genau, das sind expandierende Modelle und das ist Prekariat, was da entsteht, digitales Prekariat. Ich will aber an das, was Christiane angesagt hat, natürlich haben wir es auch mit gewollter Form und Selbstständigkeit in der digitalen Welt zu tun. Und auch da stellen sich für uns Anforderungen. Mal ganz praktisch, für eine Gewerkschaft ist es extrem schwierig, Interessensvertretungen von Selbstständigen zu organisieren, weil wir mit einem halben Bein im Knast uns bewegen, weil es ein Verstoß gegen das Kartellrecht ist. Und wir wissen ein Lied davon zu singen. Wir haben mal in der Vergangenheit aufgrund von Mitgliederbefragungen, Honorarempfehlungen für zum Beispiel Fotografinnen und Fotografen oder auch andere kreative Berufe. Und es ist uns rechtlich untersagt worden, weil es ist eine verbotene Kartellbildung. Und wir kommen sehr schnell an Grenzen der Selbstorganisation von Selbstständigen unter dem Dach von Gewerkschaften, wenn es dort nicht zu einer Korrektur kommt. Und auch da wünsche ich mir eine starke Initiative. Und letzter Punkt, den ich ansprechen will, es ist notwendig, Selbstständige in die gesetzliche Rennenversicherung einzubeziehen. Das ist auch Teil des Koalitionsvertrages, wunderbar. Aber dabei muss eine zentrale Frage beantwortet werden. Ansonsten wird es auch echt ungemütlich für die Sozialdemokratie. Woher kommt der Arbeitgeberbeitrag bzw. die Auftraggeberabgabe? Weil wenn das Modell heißt, dass die Selbstständigen beide Beitragsteile bezahlen müssen, dann wird das Ganze zu einer ganz schwierigen politischen Diskussion. Und deshalb braucht man eine Auftraggeberabgabe, um eine gerechte Finanzierung zu machen. Das sind aus meiner Sicht ein paar sehr konkrete politische Projekte für die nächsten Zeit. Markus, nochmal der Sprung zu den alten Industrien. Du hast die Herausforderungen des Wandels beschrieben, vor denen ihr intern steht. Wie seid ihr da aufgestellt? Was sind eure Forderungen? Was sind eure Wünsche? Ja, also Christian hat gerade nochmal gesagt, wie so alte Industrie, sagt doch mal, wie ihr aufgestellt habt und wie ihr euch schon auf den Weg macht. Da könnt ihr jetzt natürlich sehr, sehr viele Beispiele für anführen, dass wir zum Beispiel sozusagen vor etlichen Jahren schon über einen Zukunftstarifvertrag sozusagen Labs gefördert haben, die hier in Berlin und in München übrigens entstanden sind, wo Softwareentwickler eingestellt worden sind, also wo Beschäftigungsaufbau erfolgt, um zum Beispiel zu kodieren, Codes zu schreiben und Apps zu entwickeln für sozusagen die Mobilität von morgen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, kann ich gerne nachher am Rande auch ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist übrigens was, wo wir, weil der Frank das gesagt hat, übrigens sehr, sehr gute Erfahrungen machen mit unserem, ach doch so starren Tarifvertrag, weil die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, die kommen zu Volkswagen, weil sie sagen, das ist total super bei euch, ich habe mich nicht für Google oder andere entschieden, weil bei euch kann ich morgens um 8 anfangen und um 17 Uhr höre ich auf. Bis dahin habe ich sehr, sehr intensiv gearbeitet, habe kurz geschrieben, aber durch eure Regelung ist es mir möglich, sozusagen dann auch Feierabend zu haben und mein anderes Leben zu genießen. Das ist ein kleines Beispiel dafür, dass es auch anders geht und wo wir sozusagen unterwegs sind. Weil du gefragt hast, Forderungen an die Politik, Ich hatte ja vorhin nicht ohne Grund gesagt, dass so ein ganz starker Treiber jetzt für den Wandel in der Automobilbranche, speziell bei Volkswagen, das Thema Dieselgate und natürlich auch das Thema Regulierung ist, Stichwort CO2. Da ist in der Vergangenheit aus unserer Sicht einiges auch nicht ganz optimal gelaufen, im gemeinsamen Dialog. Deswegen würde ich mir sehr deutlich hier auch wünschen, dass wir einfach in sehr naher Zukunft auch einen gemeinsamen Aufbruch SPD, Betriebsräte, Vertrauensleute ganz konkret im Betrieb in der Automobilbranche suchen, den Dialog auch führen, was bedeutet eigentlich eine Verschärfung von CO2-Anforderungen, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zu einer Herstellung von Elektroautos, wo wir heute nicht wissen, wo kommen die Rohstoffe her, wie sieht die Energieversorgung aus, Stichwort Ladeinfrastruktur, Recycling und so weiter. Diese Fragestellung müssen wir dringend miteinander diskutieren, weil das ganz konkret Transformation und Wandel für die Automobilindustrie bedeutet und von daher freue ich mich übrigens auch sehr, dass Andrea Nahles für nächste Woche zugesagt hat, zu uns nach Wolfsburg zu kommen und auch im Arbeitnehmerkreis diese Fragen mit uns zu diskutieren und ein letzter Punkt, der mir auch extrem wichtig ist, ist, du hast vorhin gesagt, Arbeiterparadies und Mitbestimmungsparadies. Bei Volkswagen, ja, wir haben eine starke Mitbestimmung, wir haben das Volkswagen-Gesetz, wir können ein paar Dinge regeln, die, ist mir vollkommen klar, woanders nicht geregelt werden können. Bei Volkswagen hat trotzdem jeder Betriebsrat vor Ort 1000 bis 1500 Mitarbeiter zu betreuen, ja, als Ansprechpartner da zu sein. Und wenn wir den Anspruch haben, in eine Gestaltungsrolle zu kommen, den wir haben, den Anspruch, und auch Ideen zu entwickeln, mit den Beschäftigten, sehr konkret beteiligungsorientiert vor Ort, würde ich mir ganz konkret wünschen, auch das Thema Stärkung der Rolle, der Mitbestimmung, wie es vorhin auch schon angeklungen ist, nochmal einen Blick zu nehmen. Das betrifft die Anzahl von Betriebsräten, das betrifft Freistellungsthemen, das betrifft auch die Wertschätzung von Betriebsratsarbeit und Entlohnung von Betriebsratsarbeit. Das vielleicht nur ganz kurz als Stichpunkte von mir dazu. Dankeschön. Christiane, was macht ihr mit Verdi? Und was habt ihr für Forderungen, die bisher noch nicht angesprochen wurden? Ja, wir haben, also ich wollte nochmal so eine, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit diesem Thema des digitalen Proletariats, weil unsere Erfahrung ist, wenn wir mit den Leuten selbst geredet haben, die sich auf den Plattformen verdingen, die wollen so auch nicht bezeichnet werden. Also die empfinden es schon als eine Bevormundung, wenn wir denen sagen, hier, du bist irgendwie das neue ausgebeutete Objekt in der neuen Arbeitswelt. Aber wenn wir mit denen sozusagen darüber reden, wo ihnen der Schuh drückt, landest du genau bei den Themen, die Frank und ich gesagt haben, nämlich, dass die genau gesagt haben, ich weiß nicht, was ich im Fall mache von Krankheit, von wenn ich älter werde. Also das sind schon Themen. Und ich glaube, wir haben Ansätze im Heimarbeitsgesetz, die man durchaus übertragen kann. Also wir müssen nicht alles neu entwickeln. Es gibt ein paar Mechanismen, die werden durchaus auch für Plattformarbeit geeignet, um Beschäftigte in bestimmte Schutzmechanismen reinzubekommen. Also das müssten wir, glaube ich, einfach aufgreifen und modernisieren. Und ich glaube, entscheidend wird es sein, um auch nicht in das ganze Ding, ist das jetzt Solo-Selbstständigkeit, Selbstständigkeit, ich glaube, dass sich Erwerbsverläufe verändern werden. Also dass du wirklich öfter deinen Arbeitgeber wechseln wirst, als es bislang der Fall ist. Und ich glaube, es ist wichtig, sozialpolitisch sich verändernde Erwerbsverläufe abzusichern und dafür ein politisches Konzept zu liefern. Und das würdest du ja wirklich machen, indem du eine Portabilität, ich sage mal, deiner Rentenpunkte, egal wo du bist, absicherst, indem eben wie in anderen Ländern du die Rentenversicherung öffnest. Aber das will ich jetzt nicht zum dritten Mal sagen. Ich glaube, die Punkte sind klar geworden. Was wir gemacht haben, um vielleicht mal, wir wollten einfach mal losgehen. Wir haben mit neun Plattformen, wir haben letzte Woche die Zusage bekommen von der neunten, mit neun Plattformarbeitgebern in Deutschland. Wir reden über ungefähr zwei Millionen Clickworker oder so wollen die nicht, also Internetbeschäftigte, die auf diesen Portalen sind, nicht hauptberuflich, aber viele im Nebenberuf, dass wir da wirklich versucht haben, wir haben die Größten rausgegriffen, die größten Plattformen haben mit denen uns getroffen und haben mit denen ein Code of Conduct, ein Verhaltenskodex ausgearbeitet, dem sie beigetreten sind und da verpflichten sie sich auf Standards und auf eine faire Behandlung ihrer Beschäftigten. Also das ist nicht justiziabel, aber es ist eine Absichtserklärung und es ist ein Ansatzpunkt, um diese Internetarbeit, um diese Plattformarbeit zu gestalten. Und wir haben es mit den Beschäftigten zusammengemacht und mit den Plattformarbeitgebern und haben dann eine Ombudsstelle eingerichtet, wo wir ehrenamtliche Landes, eine ehrenamtliche Landesarbeitsrichterin aus Hessen haben, wo sich die Crowdworker beschweren können, wenn sie nicht fair behandelt werden. Also dir passiert so ein Mist, du arbeitest und auf einmal wird dir dein Account gelöscht. Du arbeitest, du kriegst kein Geld, weil auf einmal der Plattformarbeitgeber sagt, hey, du hast deinen Job nicht richtig ausgefüllt. Und da haben wir so eine Stelle eingerichtet, ganz neu, wo die Leute, die die Leute kontaktieren können und wir haben bisher alle Fälle außergerichtlich geklärt. Das heißt, da gibt es durchaus das Bedürfnis nach etwas Kollektivem, nach einer Institution, die auch die Interessen dieser Plattformbeschäftigten vertritt. Und das ist nur so, ich sage mal, es sind so kleine zarte Pflänzchen, aber es ist ja auch wichtig, mal zu zeigen, es geht. Man kann losgehen und müssen jetzt irgendwie sehen, wie wir das weiterentwickeln und aber auch versuchen, eine sozialpolitische Rahmung zu machen, weil das können wir nicht aus eigener Kraft als IG Metall und auch nicht als Verdi. Ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren, aber da haben wir, glaube ich, die Punkte haben wir gebracht. und das ist wirklich was, wo wir unterwegs sind und das versuchen auszugestalten und es wird auch ganz gut angenommen. Und jetzt sind wir, also ich sage mal, unser höchster Punkt ist eigentlich, wir sind mit der ILO, also International Labour Organization, in Kontakt, dass wir im Grunde genommen Jobfamilies und Beschreibungen entwickeln für Arbeit auf diesen Plattformen, sodass es eine Transparenz gibt für diese Plattformbeschäftigten, wo welche Entgelte zu zahlen sind. Und ich war bei dem World Economic Forum, die haben jetzt auch einen Schwerpunkt auf dem Thema. Das heißt, es gibt durchaus, auch international, gibt es dort Regulierungsansprüche, weil die verstehen, es gibt sonst soziale Verwerfungen in unseren Ländern und der Trend wird nicht zurückgehen. Also die Dinger werden immer perfekter wegen ihrer Leistungsfähigkeit und Globalisierung und der ganzen Vernetzung und von daher ist das, finde ich, schon ein Punkt, was im Moment in Deutschland noch ein Randphänomen sein mag, aber ich finde, es ist ein Stück von Stilbildung, von Arbeit und da müssen wir hin und da müssen wir gemeinsam, finde ich, in Deutschland Antworten finden. Shoshana Suboft, so eine sehr gute Internetkritikerin aus den USA, hat gesagt, Europe can do better. Ihr habt eure Mitbestimmung, nutzt die, um vielleicht eine bessere digitale Arbeitswelt zu gestalten, weil die US-amerikanischen Gewerkschaften haben Schuhe und Strümpfe verloren inzwischen und ich würde das gerne einfordern, um da eben auch gute Arbeit, gute digitale Arbeit durchzusetzen. Also das können wir nicht aufgeben, nur weil alles digital wird, sondern erst recht gut und digital mit den Punkten, dass die Arbeitgeber und die Plattformen zur Kasse gebeten werden. Ich will kein deutsches Google, Punkt. Vielen Dank. So, ich würde jetzt den Floor eröffnen. Ich fange von vorne gleich mal an. Es gibt ein Mikro von Shanna, die kommt rum. Andreas Rimkus, ich komme aus Düsseldorf, bin MdB und momentan ganz aktuell gegen das Dumping am Arbeiten. In Düsseldorf haben wir nicht nur Crowdworker, nicht nur Deliveroo, vor allem Ryanair und Uber, die eine fürchterliche, eine ganz fürchterliche Strategie fahren. Da muss man, wie ich finde, aktiv vorgehen. Ich bin unter anderem deswegen auch Streikpart für Verdi, für den Ryanair-Streik. Es gibt aber eine Dimension, die mich die Tage erreicht hat, die ich wirklich erschreckend finde. Bei mir haben sich die Friseure gemeldet. Die Friseure deswegen, weil diejenigen, die eingeführte Salons haben und 20 Euro Haarschnittkosten nehmen, die haben richtig Schwierigkeiten sich gegenüber denjenigen, die wir Umsatzsteuer befreit haben, die also anfangen als Selbstständige und mit niedrigsten Kostenarbeiten durchzusetzen. Mit der Folge, das kann man auch in Berlin sehen, dass die alteingesessenen Salons, wo fair bezahlt wird, wo gute Arbeit noch gilt, abseits von der Deutschland AG, die ich übrigens nicht für alt empfinde, sondern für richtig jung. Ich habe im Parlament oft genug gekriegt, zu hören, was wir für alte Parteien sind. Das ist ein Sprech, den wir ablegen müssen, wie ich finde, auch im Bereich der Arbeit im Übrigen ablegen müssen. Diese Friseure, wie man in Berlin sehen kann, werden immer weiter verdrängt. Dieser Bereich der guten Arbeit, also der Mitamte, der inhabergeführten Unternehmen, die noch eine gewisse Verpflichtung auch sehen, ist nicht mehr da. Was können wir konkret tun, als Gesetzgeber, um da heranzugehen? Also meine Idee, neben dem Zwischenmeister im Heimarbeitsgesetz für die Click- und Cloudworker, was zu machen, in dem Bereich, wo wir über etwas größere Umsätze reden, aber eben auch unterhalb der, ich glaube, 17.000 Euro Schwelle, um da was zu regulieren. Da würde ich gerne wissen, was ihr glaubt, was wir tun müssen. Danke. Frank-Christian, ich glaube, da seid ihr ganz direkt angesprochen. Ja, für das Friseurhandwerk sind wir zuständig. Lass mich mal Ryanair anfangen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass auch da, wo es keine feste Betriebsdefinition ist, das ist ja naturgemäß bei Flugunternehmen der Fall, wir haben es dort mit 19- bis 20-jährigen Kolleginnen und Kollegen zu tun, die alle nicht aus Deutschland kommen, sondern aus Portugal, Spanien, Rumänien und so weiter und so fort, ist es trotzdem möglich, Kollektivität zu organisieren, übrigens auch über soziale Medien, in unterschiedlichen Sprachen organisiert und dann mit Erfolg auch mit einem Tarifvertrag, den wir jetzt ja durchgesetzt haben in der vergangenen Woche und das stellt natürlich ganz neue Herausforderungen an uns als Gewerkschaft. Das ist was anderes wie ein stationäres Unternehmen unter einen Tarifvertrag zu bringen, da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Wir sind, haben im letzten Jahr und vorletzten Jahr ungefähr zweieinhalbtausend Friseurazubis organisiert, sind in die entsprechenden Berufsschulen reingegangen, haben dort Mitgliederwerbung gemacht und haben dann Landesinnungs für Landesinnung eine deutliche Steigerung der Ausbildungsvergütung für Friseurinnen und Friseure durchgesetzt und von daher treibt uns das Thema um. Und so schlicht ja einfach die Antwort vielleicht sein mag, wenn wir diesen Schwarzmarkt austrocknen wollen, der das, was wir mühsam an Tarifschutz durchgesetzt haben, immer noch auf zu niedrigem Niveau im Tarifgewerbe, im Friseurgewerbe nicht wegbrechen, dann muss man diese Form von Selbstständigkeit teurer machen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, um wieder die Marktverhältnisse halbwegs ins Lot zu bringen. Weil im Moment ist es und je stärker auch der Mindestlohn steigt, desto größer ist natürlich die Dimension, ist diese Form von Selbstständigkeit das Fluchtinstrument, um sich aus Mindestkonditionen herauszuziehen. Die junge Dame da vorne. Ich will mich aber nicht vordrängeln, aber das Mikro ist schon bei mir. Darf ich, ja? Gerne. Also ich bin Malu Dreyer, hallo. Wir beschäftigen uns ja in der Lenkungsgruppe im Rahmen des Erneuerungsprozesses mit dieser Frage total intensiv und ich finde es total spannend, Christiane, was du jetzt erzählt hast und was mich interessiert an dieser Frage ist, nehmen die Plattformbeschäftigten euch als Gewerkschaft wahr? Sind das Gewerkschaftsmitglieder? Weil die Frage, die wir uns ja unentwegt stellen, ist, wie bekommen wir eigentlich in diesen ganzen neuen Bereichen, gerade in der Plattform Ökonomie und so weiter, eigentlich wieder Organisation hin und wie bekommen wir dann da wirklich auch Durchsetzungskraft hin? Also das wäre die Frage, die mich wirklich total interessiert. Darf ich dazu einen Zwischenwunsch nochmal sagen? Und zwar genau das ist es ja. Wir sind hier in der Digitalisierung. Das heißt, wir sind ja irgendwie auch in einem digitalen Betrieb und nicht mal in einem Ort und mein großer Wunsch wäre eigentlich den Gewerkschaften dort auch einen Zugang zu beschaffen. Weil wenn ich einen Betrieb habe, dann kann ich hingehen und dann kann ich als Gewerkschafter hingehen, wenn ich dort Mitglieder habe. Aber was mache ich denn in einem digitalen Betrieb? Wenn ich dort zum Beispiel eine Kommunikations-App habe, habe ich da ein Zugangsrecht als Gewerkschaft? Momentan ist das nicht und ich würde mir da sehr, 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 sehr für die Stärkung der Gewerkschaftsseite dort nochmal wünschen und das ist ganz wichtig. Wir haben über viel Mühe, haben wir die Kontakte aufgebaut zu den Plattformen. Das war der erste Weg, weil wir festgestellt haben, da waren total offene, junge Leute dabei und die hatten einfach Gewerkschaften überhaupt noch nicht gedacht. Also von der Arbeitgeberseite. Die haben eigentlich voll den guten Anspruch an gute Arbeit. Die sagen, hey, das ist alles kollaborativ, das ist alles unhierarchisch, so haben die Leute eigentlich Bock zu arbeiten. Das heißt, da war eine Offenheit und die hatten uns erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm als Akteur und über diese Progressiven haben wir einen Zugang bekommen über ihre Plattformen an ihre Beschäftigten und mit denen konnten wir dann Workshops machen. Wir haben aber im Moment erst im dreistelligen Bereich Leute organisiert, will ich ganz offen sagen. Das ist einfach eine richtige Sisyphus-Arbeit. Wir machen ganz viel Telefonmarketing, aber das macht nichts. Wir wollen das kennenlernen. Wir wollen verstehen, warum wollen die Leute so arbeiten? Was finden die daran so gut? Und vielleicht um den Punkt nochmal von dir kurz aufzugreifen, also warum kann man das zum Beispiel nicht so machen? Und es würde auch, glaube ich, als Erfolg wahrgenommen werden, wenn man auf Mikro geht, das ist diese Schweizer Supermarktkette, sobald die flexible Arbeit anheuern, hast du auf deren Plattformen, kannst du dir quasi Arbeitsplätze bestellen, aber dann hast du plus 10% Flexibilitätszuschlag. Und es sind einfach so Sachen, die sind quasi, wie nennt man das, die sind sozusagen eingebaut in dieser Plattformlogik. Und genauso könntest du das mit Gewerkschaftskontakten machen, dass du dort was reinpackst über Mindeststandards, über eine bestimmte Aufklärung. Also das ist Regulation und die würde null Innovation kaputt machen, aber würde irgendwie zeigen, wir lassen das nicht zu einem wilden Westen werden. Ich war vorgestern bei Google hier in Berlin, die hatten mich eingeladen. Ich habe dann, die geben sich dann ja mega offen und bla, jetzt ist ihnen da ja der Campus in Kreuzberg geplatzt. Also die wollen irgendwie Kontakt, weil die irgendwie merken, die haben kein gutes Image. Dann habe ich gesagt, dann mach doch erst mal so was Normales wie ein Betriebsrat. Macht einfach mal ein Betriebsrat. Ey, da hättet ihr in Deutschland, da hättet ihr echt mal eine schöne Schlagzeile. Oder wie wäre es denn mit Mitbestimmung? Ey, die haben mittlerweile etwa 2000 Leute. Dann macht doch mal in euren Gesellschafterversammlungen. So haben wir das übrigens bei Jovoto, bei der Designplattform geregelt. Da ist jetzt mittlerweile einfach ein Crowdworker mit auf dem Board, im Board. Der hat Mitbestimmung. Also die Instrumente haben wir ja und du musst die halt echt packen. Und ich meine, da waschen die sich den Mund aus, ja, nachdem sie das Wort Mitbestimmung ausgesprochen haben. Also ich meine, das ist doch nichts Subversives. Das ist doch ein demokratisches Recht. Und da musst du diese Plattform echt am Wickel kriegen und sagen, setz das doch um. Wo ist das Problem? Und da stellen wir bei diesen 8, 9, mit denen wir gerade in Kontakt sind, durchaus eine Offenheit fest, weil die wollen auch nicht in irgendwelche Schmuddelecken. Und die wollen ja Aufträge von VW und BMW und vom Daimler und vom Maschinenbau. Und wenn wir da sagen, das sind sittenwidrige Arbeitsbedingungen, die wollen keine schlechte PR. So, und wir müssen uns schon was überlegen, wie wir genau da drankommen und sagen, lass uns irgendwie sehen, wie wir unsere Instrumente in diese digitale Arbeitswelt reinbekommen. Aber es ist eine echte Sisyphus-Arbeit. Die SPD hat aber ja einen guten Ansatz gemacht mit der Absenkung des Krankenversicherungsbeitrages auf die 171 Euro. Das ist ein Fortschritt. Das haben wir in dieser Klick-Community auch als einen Erfolg der Sozialdemokraten übrigens verkauft. Das wollten die ja immer. Und ihr habt geliefert. Aber es fehlt so eine zusammenhängende Story, wie wir politisch die digitale Arbeitswelt gestalten. Und da müssen wir noch besser werden. So, dann würde ich den jungen Herrn mit dem grauen Hemd da mal fragen. Ja, mein Name ist Wilfried Dirks. Mir geht es darum, es werden immer sehr viele Gesetze gemacht zum Schutze der Ausgebeuteten. Aber ich habe das Gefühl, der Staat schafft es nicht, diese Gesetze auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen. Und da sehe ich viel mehr das Problem. Da ist es nicht nur damit getan, den Zoll zu verstärken, sondern meines Erachtens muss man überlegen, wie schafft man das, die Justiz so aufzustellen, dass auch Leute, die über GmbHs dann plötzlich weg sind, noch gefasst werden können. Und wie kriegt man das hin, die Gesetze tatsächlich auch umzusetzen? Sonst nutzt uns das gar nichts. Ein Mindestlohn von 20 Euro nutzt uns nichts, wenn es keinen gibt, den kontrolliert. Frank, möchtest du? Gut, dann sammeln wir mal Fragen. Eine junge Dame vielleicht. Wo haben wir eine junge Dame? Ja, wunderbar. Hi, soll ich aufstehen? Ronja Endres, ich bin von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmendenfragen in der SPD. Mich würde interessieren, was ihr meint, was denn auch die betriebliche Mitbestimmung in der Digitalisierung konkret braucht? Wir haben ja schon gehört, dass das gar nicht so einfach ist in der Plattformökonomie. Es ist aber auch gar nicht so einfach mit den neuen Herausforderungen bei einem Unternehmen wie Volkswagen, wenn wir daran denken, Homeoffice, wie kann ich da eigentlich eine Betriebsbegehung machen und solche Geschichten. Also was meint ihr, braucht die betriebliche Mitbestimmung in der Digitalisierungsdebatte? Dann würden wir noch eine dritte Frage. Der junge Herr da mit dem roten Pulli hat sich schon sehr lange gemeldet. Also, mein Name ist Bodo Zündorf, ehemaliger Betriebsrat bei einer Versicherung. Ich möchte eigentlich einen Appell starten und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich zu einem Seminar anmelden wollte als Betriebsrat Digitalisierung und Arbeit 4.0 und ich habe sehr lange gewartet. Dann kam die Absage, wir fanden nicht genug Betriebsräte, die sich dafür interessierten. Das habe ich bei drei Unternehmen gemacht. Es kann nicht sein, dass uns das Handwerkzeug fehlt, um diesen, gerade jetzt im Versicherungsbereich, Frank hat es gesagt, diesen Rationalisierungen, die es ja sind, dem entgegentreten zu können. Wir müssen veröffentlichen, auch in unseren Gewerkschaftszeitungen, und aufrufen, dass die Betriebsräte sich um dieses Thema kümmern. Richtig ist natürlich, alles das, was du in deinem Input gegeben hast, das war ganz klasse. Ich danke dir dafür. Gut, Markus, VW ist direkt angesprochen worden. Fangen wir vielleicht mit dir mal an. Betriebliche Mitbestimmung, genau. Würde ich gerne zwei, drei Impulse mit reingeben. Also vielleicht was ganz Einfaches, was man machen kann, was wir intern auch sozusagen betriebsratsseitig mit Vertrauensleuten diskutiert haben, ist zu sagen, ganz am Anfang mal, was ist Digitalisierung für uns eigentlich? Also eine Definition von Digitalisierung, wo, in welchen Bereichen findet sie statt, wo sind Chancen und wo sind Herausforderungen? Das haben wir gemacht, in einem ziemlich breiten, sag ich mal, Kontext bei uns auch, im Gesamtbetriebsrat, an allen Standorten, und haben eine, ganz einfach, eine Digitalisierungsbroschüre aus Sicht der Mitbestimmung entwickelt, wo wir gesagt haben, das sind Chancen, das sind Risiken. Ja, und wir wollen es gestalten, wir wollen nach vorne gehen, wir haben versucht, auch Begriffe zu erklären, was ist eigentlich agiles Arbeiten und so. Geht es da jetzt sozusagen nur um Arbeitszeitausweitungen durch die Hintertür oder ist es eigentlich eine veränderte Arbeitsorganisation? Also sowas mal zu erklären, erster Punkt, ganz einfach, ein ganz einfaches Tool. Zweiter Punkt ist, dass man, also womit wir gute Erfahrungen machen, deswegen sozusagen auch mein Plädoyer Mitbestimmung vor Ort zu stärken, ganz konkret ist, wir versuchen gerade so eine Art Transformationslandkarten zu erarbeiten. Das ist, klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber es ist ganz konkret vor Ort im Betrieb, wenn wir wissen, die Kostenstelle, ja, mit 15 Mitarbeitern, die haben wir in drei Jahren nicht mehr, weil wir das Produkt nicht mehr haben. So, da sind sozusagen unterschiedliche Mitarbeiter drin mit unterschiedlicher demografischer Entwicklung, mit unterschiedlichen Qualifizierungen, dann gehe ich erstmal hin, mache eine Istaufnahme und erarbeite, wer arbeitet dort eigentlich und wo, in welchen Bereichen werden jetzt neue Arbeitsplätze aufgebaut und wir versuchen sozusagen dadurch so kleine Landkarten zu erstellen, um erstmal zu erfahren, wo entsteht was Neues, was brauchen wir dafür eigentlich an Qualifizierungsthemen und wo kann man vielleicht auch dann sagen, der eine oder andere, denen ermöglichen wir dann auch eine Chance über einen sozialverträglichen Ausstieg, über Altersteilzeit und so weiter. Instrumente über einen Tarifvertrag haben wir dazu. Dritter Punkt, vielleicht betriebliche Mitbestimmung, bei uns heißt das Volkswagen-Weg, das heißt, es ist ein sehr beteiligungsorientierter Prozess, sehr konkret vor Ort, wir haben Mitbestimmung bei Versetzungen, ganz konkrete Mitbestimmung bei Versetzungen, wir sagen, wir stimmen als Betriebsrat vor Ort der Versetzung nicht zu, solange nicht klar ist, wo der Zielbahnhof für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter eigentlich ist. Dadurch zwingen wir sozusagen den Arbeitgeber auch dazu, über die Zielbahnhöfe sehr frühzeitig nachzudenken und Angst zu nehmen und zu sagen, so sieht dein zukünftiger Arbeitsplatz aus, du brauchst dafür noch erstens, zweitens, drittens. Wenn das klar ist, gibt es eine Zustimmung und dann erfolgt die Versetzung. Vielleicht ganz kurz dazu von mir. Danke. Vielleicht nochmal die Frage zur Justiz. Sarah, dürfte ich dir die geben? Ihr kämpft gerade dagegen, dass bei euch quasi Scheinselbstständigkeit herrscht? Ja, also wir sind mit einigen Fällen vor Gericht gelandet. Leider sind vier der Fälle von Betriebsräten im Vergleich geendet und ich glaube, da ist das große Problem. Ich glaube, unsere Arbeitsgerichte sind überfordert. Wir haben jetzt noch einen offenen Fall von dem ehemaligen Betriebsratvorsitzenden bei Delivero, der klagt und hat beide Vergleiche abgelehnt, aber die Leute werden in der Zeit ausgeblutet. Was macht man denn in der Zeit, wenn man vor Gericht sitzt? Der stellvertretende Betriebsratvorsitzende von Fodora hatte zwei Jahresverträge und jetzt wird er halt auch nicht entfristet und der ist jetzt auch im Klagen und was macht er denn in der ganzen Zeit? Die Arbeitsgerichte brauchen viel zu lange und warum müssen denn die Arbeitnehmer anfangen zu klagen und warum gibt es nicht von vornherein die Möglichkeiten, da direkt Schutzmechanismen zu schaffen, dass gar nicht erst dieser lange Klageweg überhaupt bestritten werden muss? Ich würde gerne wegen der Mitbestimmung noch einen Punkt machen und zwar wir haben eine massive, was wir schon haben, wir haben ja eine massive Fragmentierung von Unternehmen, die dann auch outsourcen, weil sie Startups machen wollen, Schnellboote, bla, also irgendwie, weil sie sagen, ich brauche ein Lab, da geht alles schneller und dann ist es alles ohne Tarifbindung, weil es ist alles so restriktiv und hast du nicht gesehen? Ich finde es sehr wichtig zu regeln, dass wenn die Unternehmen outsourcen, Bereiche rausgeben, sich umstrukturieren, dass dann die Tarifbindung erhalten bleibt. Die ist weg, also das wissen ja viele hier vielleicht nicht, aber du hast ein Jahr lang Übergang nach 613a, BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, das heißt, da sind die Beschäftigten, die dann in eine neue Gesellschaft gehen, ein Jahr lang geschützt und danach ist es weg, da ist dein Niveau weg. Da musst du wirklich anfangen, wieder Tarifbindung zu verhandeln, das Niveau abzusichern und ich finde dadurch, dass sich das immer schneller verändert, wäre das wirklich ein Schritt an der Stelle zur Stärkung der Tarifbindung, weil das sind ja Instrumente, ich sage mal, die können wir doch wirklich ziehen. Da zu sagen, ich bringe das Unternehmen erstmal in die Situation im Tarifvertragsgesetz, dass die Tarifbindung bestehen bleibt und nicht umgekehrt, dass wir, ja, aber deswegen diskutieren wir ja hier, das würde ich so jetzt pauschal auch nicht sagen, Sie können es ja anders beweisen, gell? So, also ich meine, deswegen machen wir hier ein Debattencamp und nehmen da ja teil. Die Idee ist bekannt, also die haben wir auch formuliert, gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, auch mit Verdi, mit den anderen Gewerkschaften, aber das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um da auch schon mal eine Eindämmung zu machen bei der Deregulierung und ich finde, die anderen Themen, die hier angesprochen worden sind, die müssen wir auch angehen, das ist vieles, aber das wäre wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt zur Stärkung der Tarifbindung bei Ausgliederung, Tarifbindung weiter bestehen zu lassen. Warum müssen wir die Bittsteller sein, die dann eine neue Tarifbewegung organisieren, was wir dann natürlich auch machen, aber um die Standards zu erhalten, ich finde, das geht nicht, das dient ja echt dann zum Profitmachen und wir sind flexibel sowieso bis zum Anschlag, die Arbeitnehmer, aber ich möchte gerne einen geregelten Rahmen durch eine Tarifbindung behalten. Frank, unsere Zeit ist leider abgelaufen, Zeit für ein ganz kurzes Abschlussstatement. Ich erlaube mir, den Vorschlag, den Christiane vorgeschlagen, nochmal zu unterstreichen und übrigens nicht nur wegen dem Thema Digitalisierung. Die Erosion des Tarifvertrages im Einzelhandel läuft genau über die Mechanismen, die beschrieben wurden und deshalb ist die Frage, ein Tarifvertrag darf nur durch einen Tarifvertrag ersetzt werden, zentral für die Sicherheit aus meiner Sicht in der Arbeitswelt und zur Stabilisierung des Tarifvertragssystems und hoffentlich können wir nochmal ein eigenes Podium machen irgendwann mal, weil über das Thema Mitbestimmung 4.0 haben wir hier nicht geredet und das trifft wirklich viele, viele Bereiche, übrigens auch den öffentlichen Dienst und das Personalvertretungsrecht, weil das in keinster Weise auf die digitale Transformation auch im öffentlichen Bereich vorbereitet ist, aber das ist ein eigenes Podium. Sehr schön. Unsere Zeit ist leider wirklich jetzt tatsächlich abgelaufen, wir haben viele konkrete Forderungen an uns, an die Sozialdemokratie bekommen, wir haben gesehen, was für große Herausforderungen ihr als Gewerkschaften habt. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen.